Hey, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Heute, ich werde dir eins von den wichtigsten Faktoren zeigen, um deinen Klang zu verbessern. Mein Name ist Anton Morales und ich bin Prösischer Geiger und Geigerlehrer, spezialisiert auf das Erwachsenen von Erwachsenen. Ich bin auch Autor des Buches Geigerlernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, was ist dieser Faktor, den ich dir zeigen will? Der Faktor ist das Gewicht, das du auf der Seite überträgst. Wenn du spielst, ist es sehr wichtig, dass du immer ein bisschen Gewicht auf der Seite überträgst. Und dann, desto mehr Gewicht du auf der Seite überträgst, desto lauter es klingen wird. Aber nicht nur, es wird auch die Farbe ändern. Du kannst mit sehr wenig Gewicht spielen, zum Beispiel so. Oder mit sehr viel, so. So, aber die Frage ist, wie kannst du das kontrollieren? Wie kannst du Gewicht auf die Seite übertragen und wie kannst du das ändern? Also, erstmal das Wichtigste, das ist, dass du das Gewicht auf die Seite überträgst. Was dafür eine sehr große Rolle spielen wird, das ist das. Wie du deinen Bogen hältst und wie du deinen Arm platzierst, einfach. Wie du die Geige hältst. Also, erstmal, du wirst merken, wenn ich spiele, ist mein Ellbogen immer ungefähr zu dieselben Höhe, wie mein Bogen und mein Unterarm und Oberarm. Endlich, das bildet alles eine Ebene und das ist sehr wichtig. Wenn du spielst, das Ganze sollte immer eine Ebene, eine einzige Ebene bilden. Von deinem Schulter, Oberarm, Unterarm, Handgelenk, Hand und dann die Finger. Die erste Gewinke von dem Finger und dann kommst du hier und nimmst den Bogen von hier. Dein Bogen bleibt auch auf dieser Ebene und die Geige kommt auch auf diese Ebene. Und nur so kannst du erstmal Gewicht richtig auf die Seite übertragen. Okay. So, das ist die erste Sache und das Wichtigste. Also, einfach alles auf eine gleiche Ebene setzen. Und dann, wenn du spielst, egal ob du hier bist, an der Spitze oder am Frosch, dann so. Okay. Aber dann, wie kannst du dieses Gewicht ändern? Jetzt, du musst dich vorstellen, so das ist jetzt eine einzige Ebene. Jetzt, deine Seite müssen auch, und dein Geige muss auch zu einer Ebene sein. Und dann, was du machen musst, um mit mehr oder weniger Gewicht zu spielen, das ist praktisch diese Ebene tiefer oder höher setzen. Weil, wenn er ein bisschen tiefer ist und die Seiten immer zur gleichen Höhe bleiben, dann wird es lauter werden. Wenn meine Ebene hier ist, dann ist das sehr leicht. Aber wenn ich tiefer gehe, dann werde ich mit viel mehr Gewicht spielen. Ein Klisch, was wirklich wichtig ist, ist wirklich nur, dass du auf einer einzigen Ebene bleibst und dann, dass du diese Ebene ein bisschen tiefer bringst oder ein bisschen höher während du spielst. Aber wirklich das ganze Ebene. Ein großes Fehler, das ich immer sehe, das ist, dass man sowas macht mit dem Ellbogen. Immer alles auf einer einzigen Ebene. Dann zweitens, was sehr wichtig ist, dass diese Ebene und ein Ellbogen immer ein bisschen höher sei als die Seite. Wenn er tiefer ist, dann, was passiert? Das Gewicht wird in diese Richtung gehen. Und das wollen wir nicht. Was wir wollen, das ist, dass das Gewicht über die Seite in die Richtung von der Seite geht. Das bedeutet, dass dein Ellbogen ein bisschen höher sein muss als deine Seite am Bellen. So. Damit du das Gewicht richtig auf der Seite übertragen kannst. Wenn du spielst, stelle einfach erstmal den Bogen auf der Seite und versuche das wahrzunehmen. Dass, wenn dein Ellbogen höher ist, dass du fühlst, dass das Gewicht höher kommt. Du solltest wahrnehmen, dass wenn du hier mit deinen Ellbogen ein bisschen tiefer gehst, dass hier dein Bogen ein bisschen tiefer wird. Und dass du dadurch Spannung auf die Seite baust. Du kannst dann sehen, dass diese Spannung sich hier baut. Wo dein Bogen im Kontakt mit der Seite ist. Und dann zwischen der Bogenstange und den Haaren von dem Bogen. Am besten dann probiere mit unterschiedlicher Dynamik zu spielen. Leiser oder laut. Versuche auch unterschiedliche Bogenstange zu spielen. Zum Beispiel, du kannst einfach alles im Detail machen. Und dann auf einen Einzelgebogen. Sehr gute Übung auch, um das zu meistern. Das heißt, mit unterschiedlicher Dynamik zu üben. Zum Beispiel, du spielst einen ganzen Ton und dann du spielst Crescendo, dann die Crescendo. Crescendo bedeutet lauter werden, lauter werden und die Crescendo bedeutet leiser werden. Zum Beispiel, du kannst das so im Übung machen. Das Ziel ist einfach, dass du lernst, dieses Gewicht zu kontrollieren. Weil oft wird sich schön, dass man dieses Gewicht nicht kontrolliert. Entweder ist es laut, entweder ist es leise und viele haben Schwierigkeiten, das zu modulieren. Und das ist sehr wichtig, damit wenn du spielst, es wirklich musikalisch klingt und wirklich klingt, wie du es möchtest. Und nicht, wie es klappt. Deswegen, einfach über das zu trainieren, unterschiedliche Bogenstange zu spielen und unterschiedliche Dynamik zu spielen. Und nicht vergessen, also eine einzige Ebene. Und jetzt noch ein Tipp. Dieses Gewicht wird von dem Zeigefinger auf die Seite übertragen am meisten. Nicht nur, aber am meisten. Das bedeutet, du kannst auch erstmal trainieren, nur mit dem Zeigefinger ein bisschen auf die Seite zu drücken. Und wahrzunehmen, dass du mit dem Zeigefinger ein bisschen Spannung auf die Seite übertragen kannst. Und dann auch, dass du mit dem ganzen Arm Gewicht auf die Seite überträgst. So, das war's für heute. Also, wenn dieses Video dir gefallen hat, klicke auf Gefällt mir unter dieses Video. Abonniere dich auch zu meinem YouTube-Kanal. Hier. Und auch herunterladen. Du kannst auf meiner Website meinen Kurs die 3 Faktoren des Klang herunterladen. Dort zeige ich dir wirklich das Ganze. Das Gewicht ist nur ein einziger Faktor. Und dann, ich zeige dir, wie du dieses Faktor mit dem anderen ausgleichen kannst. Damit du tatsächlich einen wunderschönen Klang an der Geige erzeugst. Ich wünsche dir noch viel Spaß und bis bald.